Hallo Kinder, hier ist Tante Tanni und ich habe eine tolle Geschichte für euch. Sie heißt, Josef kommt ins Gefängnis. Den Merkvers finden wir in Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Die Geschichte will uns sagen, Gott ist in guten und in schlechten Zeiten mit uns. Kannst du dich an das Beste erinnern, das dir je passiert ist und auch an das Schlimmste? Wusstest du, dass Gott im Guten und im Schlechten mit dir war, so wie bei Josef? Josef konnte es nicht fassen. Gestern war er noch für das Haus seines Dienstherrn verantwortlich gewesen und heute ließ ihn sein Herr ins Gefängnis werfen. Josef wusste, dass er nichts Falsches gemacht hatte und er wusste etwas Wichtiges. Er wusste, dass Gott mit ihm war und für ihn sorgen würde, ganz gleich, wo er war. Der Gefängniswärter gab Josef etwas zu arbeiten. Josef arbeitete ohne sich zu beschweren. Und jeden Tag sah der Gefängniswärter, dass Josef seine Arbeit gut erledigte. Es dauerte nicht lange, bis er Josef die Verantwortung für alle anderen Gefangenen übergab. Eines Morgens bemerkte Josef, dass zwei der Gefangenen besorgt waren. Einer war der Mundschenk des Königs, der andere sein Bäcker. Aber der König war auf die beiden wütend geworden und hatte sie ins Gefängnis werfen lassen. Was ist los? fragte Josef. Wir haben in der letzten Nacht ganz seltsam geträumt, antwortete der Mundschenk und kratzte sich am Kopf. Und wir wissen nicht, was sie bedeuten. Gott ist der Einzige, der Träume deuten kann, sagte Josef. Erzählt mir eure Träume. In meinem Traum sah ich einen Weinstock mit drei Ästen, antwortete der Mundschenk. Es waren Trauben auf den Reben und ich presste den Traubensaft in den Spezialbecher des Königs und gab ihm zu trinken. Josef sagte, Gott wird mir helfen, dir den Traum zu erklären. In drei Tagen wird der König dich freilassen und du wirst wieder im Palast arbeiten. Wenn du den König siehst, erzähl ihm bitte von mir, bat ihn Josef. Ich habe nichts Falsches getan. Ich sollte nicht in diesem Gefängnis sein. Dann sagte der Bäcker, lass mich dir meinen Traum erzählen. Ich träumte, dass ich drei Brotkörbe auf meinem Kopf trug, begann er. Darin waren leckere Brote und Kuchen für den König im obersten Korb, aber die Vögel fraßen das Essen. Josef betete still. Ich werde dir den Traum erklären, sagte Josef ruhig. In drei Tagen wird der König dich bestrafen und du wirst sterben. In drei Tagen hatte der König Geburtstag und er gab ein großes Fest. Während des Festes ließ er den Mundschenk und den Bäcker aus dem Gefängnis holen. Der König gab dem Mundschenk seinen Job zurück, aber er bestrafte den Bäcker genauso, wie Josef es gesagt hatte. Josef wartete und wartete, um vom Mundschenk zu hören, der dem König von ihm erzählen sollte. Aber der Mundschenk vergaß Josef. Josef war traurig, dass der Mundschenk ihn vergessen hatte. Aber er wusste, dass Gott ihn liebte. Josef vertraute Gott, dass er sogar im Gefängnis für ihn sorgen würde. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!